ich habe hier nur mal ein kurzes video für euch wenn ihr am balkon eine antenne montiert und wollt dann eben nicht so zwei ausleger am balkon befestigen und auch nicht zwei antennen nebeneinander bei mir ist der ausleger nur ein meter lang und da ist es natürlich ein bisschen schwierig zwei antennen zu postieren die beeinflussen sich dann gegenseitig in dem fall hier ist es eine cb antenne die dv 27 die habe ich an dem ausleger montiert und zwar nach oben darunter habe ich noch eine antenne montiert aber nach unten zeigend und zwar ist es nur zwei meter 70 cm antenne so habe ich quasi zwei fliegen mit einer klappe geschlagen das ist nur eine kleine idee die ich euch mal so mitgeben wollte wenn ihr eben nicht so viel gedöns da am balkon oder wo installieren wollte eine rauf und eine nach unten das funktioniert also tadellos so tschö und vergesst nicht funker treffen in schafheim jetzt am wochenende